Oh mein Gott. Was sieht fast geil aus dem Schnee? Für Ende April ist das schon ungewöhnlich. Die Mama hat die Winterreifen schon runter. Hoffentlich bleibt es nicht liegen. Wir haben glaube ich auch die Winterreifen nicht mehr drauf. Das bleibt ja eh nicht liegen. Am Mittwoch, Donnerstag ist schon wieder vorbei. Trotzdem ist es draußen arschkalt. Du sollst doch nicht Arsch sagen. Warte, du mal warst mich heute. Jetzt habe ich das Arsch auf dem Video. Ups, das muss man wegpiepfen. Das piepselt mir nicht weg. Die Lea hat Arsch gesagt. Die Lea hat Arsch gesagt. Na und wer hat das schon nicht gesagt? Ich habe noch nie Arsch gesagt. Ich würde nie Arsch sagen. Ich würde nie Arsch sagen. Mhm. Mh.